Fresh Torge, super geil. Damals, also da richtig, richtig begeistert, sein Fresh Alte Folie oder Fresh Alte Folie oder Fresh Alte Folie Kanal heißt er ja jetzt und wie ich ihn halt kennengelernt habe, als er noch halt Fresh Torge war, fand ich so, also ich finde den Jungen einfach genial. Ich vergöttere sein, ich weiß gar nicht mehr genau wie es heißt, wo er halt zur Kamera spricht und dieses Du bist toll Video von ihm, das fand ich so geil und generell halt sein Humor, seine Mitten im Leben und Assi Fernsehen Parodien sind mit so ziemlich das Geilste, was man in der Sparte auf YouTube überhaupt finden kann. Also Torge, sau cool. Vielen Dank.